Ungeheuer guten Tag wünsche ich Leute. Guckt in das Gesicht. Das ist das Gesicht des Zorns, der Verzweiflung des Todes. Ich wünsche euch nicht, dass YouTube irgendwann Geruchs... ...Internet erfindet und dann, dass man die Videos riechen kann. Ich stinke nach Schweiß, Urin und Angst. Nach Urin. Nun vernichte ich Rewi mit seinen eigenen Schandtaten. Aber er hat dabei nicht an mich gedacht, denn ich werde auch vernichtet, automatisch. Ja, Simon, das hast du selber zu beschreiben. Was ist hier da? Teleport? Nee, keine Ahnung. Okay. Komplett kein Bock. Komplett kein Bock zu brennen. Ich würde sagen, weil das alles nichts mehr mit Castlewash zu tun hat, sollten wir uns auf jeden Fall hier wirklich helfen. Wir sollten uns helfen. Wir müssen die Map durchspielen und danach hoffen wir, dass wir nie wieder so eine Map spielen. Nie wieder. Alter. Alter. Es ist... Ich weiß nicht, was es ist. Es ist aber auf jeden Fall etwas unheimlich. Das Ding ist, guck mal da hoch zu kommen allein schon, ist schon wieder eine Scheiße unterm Herrn. Es ist nicht... Es ist... Es ist nicht feierlich. Ich muss mir so ein kleines Häschen essen. Mama! Hast du es geschafft? Nein. Halt's Maul. Ach Mann. Ich glaube er nicht. Ach Simon. Was machen wir jetzt? Ich denke nach Pisse und Urin. Lass uns Dings machen. Lass uns gegenseitig mit Checkpoints helfen. Mit Teleport Checkpoints. Ja. Mach schon mal... Gib schon mal in Chat einen TP Rehwins ungespielt. Ich tippe ungespielt Rehwins halt. So. Okay, Simon. Komm zu mir. Wir müssen es als Team schaffen, weil... Das macht uns... Ja, ich komm zu dir. Okay. Weiter. Das müssen wir jetzt als Team schaffen. Als Squad. Wir schaffen es sonst nicht. Bist du jetzt zurückgesprungen? Ja, musste ich. Komm her. Ja, ich bin da. Ich bin hier oben hier. Komm zu mir. Ich warte kurz, bis ich aufhöre zu brennen. Wir machen es jetzt als Team zu Ende. Diese Map hat wirklich nichts mehr mit Castle Rush zu tun. Eigentlich schon, aber... Das Aussehen, aber der ist mindestens seit 20 Sekunden in der Verpackung. Was laberst du? Kennst du den Big Tasty Experten? Ach so. Diese Map hat nichts mehr mit Castle Rush zu tun. Außer dem Aussehen. Diese Map liegt schon seit 20 Minuten bei dem Jungen auf dem Server. Und das hat nichts mehr mit Castle Rush zu tun. Ich weiß auch nicht, was ich hier tue. Also, ich habe irgendwie mein Leben verbraucht. Tricky, wieso da wohl... Teppiche sind? Was? Wieso da wohl Teppiche sind? Weißt du, warum da Teppiche sind? Damit man nicht draufkommt. Weil es dann nochmal eine Hitbox höher ist. Ey, verarschen? Willst du mich verarschen? Wir sind schon wieder beide unten, ne? Ja. Oh nein. Mann, dieses Arschloch-Kind. Wir haben halt die Regel, wir helfen uns mit Teleport, aber wir machen keinen Game Mode, um weiter zu kommen. Das heißt, wir haben jetzt gerade wieder ein bisschen Kacke ge... beide gefallen. Ja, ich bin noch... Ich habe einfach nicht gewartet. Ich bin noch zu gierig, Alter. Zu gierig. Ja, das geht aber genauso. Ich weiß aber auch... Ich weiß auch nicht, wann ich schon mal so eine unangenehme Aufnahme hatte, wie dieses hier. Kannst du mir kommen? Komm her, komm her, komm her. Es hat einfach diese Patience, die uns ein bisschen fehlt. Warte, ich komm rüber. So, so, warte, 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 warte. Nee, ist alles entspannt. Ich bin da. Bleibst du kurz warten? Du brennst, denn wenn du brennst, sollst du lieber bei mir warten. Komm her. Okay, komm. Nice, ich komm ein in Ruhe. Und so. Ja, komm, ich tepil mich direkt. Okay, ich bleib in der Ecke. Nee, du brennst noch, soll ich weiter? Ja, ja. Warte noch. Okay. Warum sind da Teppiche? Ist das wirklich ein dummer Spruch oder so? Ich hab's geschafft! Versuch das mal zu schaffen. Das ist echt ein krasser Sprung. Ist ein richtig harter Sprung. Versuch mal nochmal runter zu springen und das nochmal zu schaffen. Der Sprung ist echt mega mies. Okay, wenn du aufhörst zu brennen, wenn du aufhörst zu brennen. Genau. Okay. Der ist echt mega fies. Also richtig fieser Sprung, aber ist alles machbar. Oh nein, bleib da wo du bist! Bei mir? Ja, ich bin bei dir. Geh nach hinten ein, bitte. Ich bin dran, ich bin dran. Ja, ich hab's mit dem. Wie machst du den denn? Ich hab dieses Gefühl mittlerweile. Das Gefühl an meinem Glied. Also an meinem Gliedmafen. Soll ich springen? Soll ich springen? Warte mal. Das Problem ist, guck mal, wenn du auf dem Teppich bist, bist du einen runter. Siehst du das? Hä? Merkst du, dass du bist auf dem Block höher als auf dem Teppich? Stimmt, man muss vom Teppich ausspringen. Das heißt, du musst quasi vom Rand an noch nehmen und dann rein. Hast du gesehen? Ja, ja, ich komme. Nice. Nice. Geh weiter. Komm zurück. Alles klar. Ich mache. Du verbrennst nicht, ne? Ne. Gut. Alter, es war aber close. Ja, war richtig close, aber es kommt auch nicht, man kommt nicht da runter. Aber warte. Jetzt verstehe ich, warum die Teppiche sind. Weil man die Teppiche braucht. Tatsächlich. Okay, warte. Ich versuche den nächsten Sprung. Ganz kurz. Okay. Soll ich noch einen versuchen? Oder will ich es nachkommen? Versuch den einen noch, den schaffst du auch noch. Dann komme ich darüber. Okay. Komm her. Das passiert. Jetzt machst du das. Ja, du bist dran. Ah, fuck. Okay, ich bin. Okay, fuck. Du bist? Ja, ich brenne ja noch. Warte. Können wir hier Regen anmachen? Ja, können wir machen. Nein, ich bin runtergefallen. Vorsicht, Vorsicht. Okay. Okay. Okay, komm du. Fuck. Bin runtergefallen. Nein, Spaß. So, ich bin ran. Mhm. Okay, ich gehe weiter. Nein, fuck. Es ist eine harte Nuss. Geh weiter. Ah. Warte, ich versuche es noch mal. Ich weiß wie. Ja. Warte, ich versuche es noch mal. Ich weiß wie. Warte, ich versuche es noch mal. Ich weiß wie. Ich habe das Gefühl, wir so rücksichtsvoll waren. Wir waren nicht zu erinnern. Warte, ich versuche es noch mal. Ich weiß wie. Warte, ich versuche es noch mal. ich weiß wie. Warte, ich weiß, die kommt. Okay, komm, du rauf, ich bin. Ich bin? Ach, komm doch, du Ficknelke. Ich bin nochmal, darf ich nochmal? Ach komm, du bist, komm. Warte, ich weiß schon, wie es geht. Selbst mit diesem Teleport, stellt euch mal vor, ohne. Das ist ohne komplett. Selbst mit diesem Teleport ist das einfach fast zum Beschreiben, unbeschreiblich. Mach du das, Simon, ich kann nicht mehr. Stell euch das mal einfach im Teleport vor. Ich würde einfach mein Leben mir nicht mehr friedlich vorstellen können. So. Es fuckt mich ab. Es fuckt mich ab. Es fuckt mich ab. Oh Gott. Nein, oh nein. Ich bin runtergefallen. Ich komme zu dir. Ja. Okay, willst du den Sprung versuchen? Ja. Nee. Soll ich den versuchen? Ja. Okay. Okay, willst du den versuchen? Wie denn? Ja, im letzten Moment abspringen. Nee. Okay, willst du den versuchen? Nice. Warte, bleib da, ich komme. Okay. Also, wie oft wir hier runterfallen. Das wäre, das wäre wirklich zum Kompletten. Was ist das? Was zum Teufel? Das geht nicht. Wir müssen auf einen von diesen. Auf einen von diesen müssen wir. Ja, ja. Wir müssen jetzt da rum. Wir müssen jetzt da rum. Ja. Soll ich zuerst oder bist du? Nach da vorne? Ja, ja. Willst du zuerst oder soll ich? Mach du. Okay. Okay. Soll ich? Ja. Nee, no way. Okay, dann lass mich ein paar Mal probieren. Okay, hab's. Ach so, okay. Alter, und immer wieder dieses, wo man wirklich immer wieder neu austesten muss, wie weit kann man gehen und dann immer wieder von unten komplett anfangen. Stell dir das vor. Nee, also ich finde, diesen Teleport, den wir hier einsetzen, ist auf jeden Fall an dieser Stelle gerechtfertigt. Okay, ich gehe weiter. Okay. Bleib da, ja? Ja. Bleib da, Simon. Ja. Okay, du machst es vor. Nice. Ich komme. Ich komme. Nice. Warte, bleib da, okay? Ja, ich bleib da. Okay, ich komme. Ich komme. Und ich komme. Und du bist. Ja, okay. Komm. Ich mach den jetzt. Warte. Oder erst du. Ja, oder ich. Warte, warte, ich versuche nochmal. Nice. Ich komme. Nice, komm. Okay. Diesmal bin ich zuerst. Komm. Warte, warte, warte noch. Ja, ja. Okay, ich bin. Okay. Komm her. Okay. Nein. Stell dir vor, nur wegen so einem dummen Kack, dass du auszusehen doppelt springst, musst du wieder komplett von unten alles neu machen. Diese ganzen Teppich springen und alles, ne? Okay, ich komme. Okay. Das können wir schaffen. Das ist echt richtig, richtig schwer. Oh fuck, ich bin nicht angelaufen. Warte mal. Okay, mach. Es gibt auch Zärtlichungen in den Castle Rush. Selbst das gibt es. Komm her. Okay. Wir haben den Ehrgeiz, wir wollen das jetzt schaffen. Wir haben diesen Ehrgeiz, wir wollen das schaffen. Nein, mach keine Scheiße. Ich mach keine Scheiße, ich bin da geblieben. Alles gut. Warte, ich will den ersten Sprung machen, okay? Okay, mach ihn. Na, da ist nicht gesprungen. Warte, 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 warte. Ja, du machst sowieso gerade nur halbes Leben. Oh, ach, sorry. Sorry, ich dachte, da hättest du das an der Wand. Ich dachte, ich hätte mit dem Boost, würde ich dir da helfen, aber. Okay, ich komme. Ich komme, warte. Okay. Boah, Junge, Alter. Aber nice teamwork, Leute. Nice teamwork. Ja, auf. Es gibt eben auch diese Momente in Castle Rush, in denen man nicht komplett auslässt. Stage 9, Junge. Stage 9. Ich dachte wirklich, ich hätte sie vergessen. Macht, macht bitte nicht solche Sachen. Macht bitte nicht solche Sachen. Das ist zu viel des Guten. Aber wir ziehen es trotzdem durch, aber eben mit Teamwork. Okay, bis zur nächsten Folge morgen um 18 Uhr bei Revi. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.